Die Bayer CropShines AG ist ein selbstständiger Teilkonzern der Bayer AG mit Sitz in Mannheim am Rhein. Im Zuge der Neustrukturierung der Bayer AG wurde der Teilkonzern im Oktober 2002 aus der ehemaligen Pflanzenschutzsparte der Bayer AG und dem vom Aventis-Konzern im Jahr 2001 übernommenen Bereich Aventis CropShines gebildet. Wichtige deutsche Produktionsstandorte sind in Dormagen, im Industriepark Höchst und im Chemiepark Knapsack. Die Zentrale für das Europageschäft von BCS befindet sich im französischen Lyon. Ab dem 1. Januar 2016 wird Bayer CropShines im Rahmen der neuen Konzernstrategie New Bayer wie die anderen Teilkonzerne schrittweise aufgelöst und als Geschäftsfeld in den Gesamtkonzern integriert. Bayer CropShines ist ein agrochemisches Unternehmen, besteht aus rund 90 Gesellschaften weltweit und gliedert sich operativ in drei große Bereiche. Crop Protection, Environmental Science, Bioscience Der Bereich Crop Protection stellt mit 80,4% Anteil am gesamten Umsatz des Unternehmens den größten Teilbereich der AG dar. Dieses Geschäftsfeld umfasst den chemischen Pflanzenschutz im Bereich der Landwirtschaft. Environmental Science umfasst all nicht landwirtschaftlichen Anwendungen. Dazu zählen zum Beispiel Produkte zur Rasenpflege sowie diverse Insektenbekämpfungsmittel. Bioscience bietet Lösungen im Bereich der Biotechnologie und Pflanzenzucht an. Im September 2011 kündigte die damalige Vorstandsvorsitzende Sandra Peterson an, bis 2015 die Ausgaben für die grüne Gentechnik auf 400 Millionen Euro zu verdoppeln. Insgesamt sollen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Saatgutbereich um 20% auf 850 Millionen steigen. Im klassischen Pflanzenschutz wolle man sich von älteren Mitteln trennen, unter anderem sollen bis 2012 alle Insektizide, die von der HU als besonders schädlich bewertet werden, aus dem Programm genommen werden, Unternehmensbereiche. AgrarQuest 2012 hat Bayer CropShines für 425 Millionen US-Dollar AgrarQuest, einen 1995 gegründeten Spezialisten für biologischen Pflanzenschutz, übernommen. Das Unternehmen hat seinen Sitz im kalifornischen Davies. Zu seinen Produkten zählen verschiedene Fungizide auf der Basis von Bacillus subtilis und das aus Terpenen bestehende Insektizid Requiem. Werke Europa Allion Nordamerika Research Triangle Park North Carolina West Sacramento Kalifornien David Lobock Memphis Institute Kansas City Muskegon Michigan Pasadena Shakopee Minnesota Asien Singapur Produkte und Folgen Chlorianidin Ende April und Anfang Mai 2008 kam es in einigen Regionen in Südwestdeutschland zu einem Bienensterben, bei dem etwa 11.000 Völker teilweise erheblich geschädigt wurden. Der Wirkstoff Chlorianidin, welcher unter anderem in Beizmitteln von Bayer CropShines enthalten ist, wurde als Ursache identifiziert. Er war durch Abtrift von Saatgutstäuben bei der Aussaat in benachbarte Pflanzenbestände gelangt. Die Behörden setzten die Zulassung Neonicotinoide-haltiger Insektizide daraufhin aus und verordneten, dass eine höhere Beizqualität und eine Reduzierung der Abtrift bei der Aussaat sichergestellt werden müssen. Vermischungen mit transgenen Reis 2006 berichtete Bayer CropShines, dass Spuren einer transgenen Reissotte, die in der Testphase befindlich und noch nicht zugelassen war, in die Nahrungs- und Futtermittelkette in den USA gelangt waren, dadurch sind laut USDA und FDA keine Gesundheits- oder Umweltrisiken entstanden. Laut der Europäischen Kommission wurden im September 2006 in Reisimporten aus den USA Spuren der Reissotte gefunden. Bayer CropShines wurde im März 2011 von einem Gericht in Stuttgart zu einer Schadensersatzzahlung von 136.8 Millionen Dollar an Reisland Foods verurteilt, da der Export von konventionellem Reis durch Reisland Foods aufgrund von entsprechenden EU-Auflagen gestoppt werden musste.